Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, der Kalle, die Prima, die Sekunda und ich. Wir haben uns gedacht, wir haben ja nun schon ausprobiert, wie römische Kinder gespielt haben, aber ihr zuhause, ihr spielt ja bestimmt auch nicht die ganze Zeit. Ihr müsst ja bestimmt auch mal was lernen oder euren Eltern im Haushalt helfen oder solche Sachen, oder? Darum erzählen wir euch heute mal ein bisschen was dazu, was bei den Kindern der Römer sonst noch so los war, wenn sie nicht gerade Nüsse kullern gespielt haben. Genau, Kalle, ihr Kinder zuhause geht ja normalerweise in den Kindergarten oder in die Schule, auch wenn das jetzt gerade vielleicht leider nicht geht. Aber auch die Kinder der Römer, zumindest die der reicheren Römer, die konnten auch in die Schule gehen und lernten dort lesen, schreiben, rechnen, also im Grunde alles, was ihr heute auch so lernt. Was sie in ihrer Freizeit gern gespielt haben, das habt ihr ja schon ausprobiert, nicht, Kalle? Ja, das Nüsse kullern hat besonders viel Spaß gemacht, aber die Römerkinder hatten auch sonst noch Spielsachen, die eigentlich ganz ähnlich waren, wie das, was die Kinder heute haben. Ich habe mich hier im Kinderzimmer nämlich auch mal umgeguckt. Zeig mal, prima Sekunde, was habt ihr denn da? Aha! Was ist denn das? Ein Schleichhund. Ein Schleichhund. Von solchen Sachen gibt es hier nämlich ganz schön viel. Und wisst ihr, so im Museum, da haben wir nämlich auch sowas in der Art. Auch so ein Hund, und der ist zwar nicht aus Plastik, sondern aus Bronze, aber eigentlich sieht der ziemlich ähnlich aus. Vielleicht hat sogar damit mal ein römisches Kind gespielt. Müsst ihr euch bei Gelegenheit mal im Museum anschauen, wenn es wieder geöffnet hat. Ja, auch wenn die Kinder bei den Römern grundsätzlich vielleicht gar nicht so viel andere Sachen gemacht haben, wie ihr heute, gab es doch einen ganz entscheidenden Unterschied. Und zwar waren die römischen Kinder viel früher erwachsen als ihr heute. Die Jungs galten zum Beispiel schon mit 14 Jahren als erwachsen und die Mädchen mit 12. Hui, das ist ganz schön früh. Und wie war das wohl bei den Maulwürfen? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Aber wenn ein Mädchen schon mit 12 Jahren erwachsen war, dann hieß das natürlich gleichzeitig auch, dass sie schon mit 12 Jahren heiraten konnte. Ganz schön früh, oder? Mit 12 Jahren konnte sie also verheiratet werden und ging dann auch nicht mehr zur Schule. Könnt ihr euch das vorstellen? Und die Jungs sollten natürlich am besten den Beruf ihres Vaters übernehmen. Aber bis es soweit war, gab es eine ganz bestimmte Sache, die ein römisches Kind auszeichnete. Weißt du noch, welche das war prima? Eine Bulla. Genau, ganz genau. Prima. Sehr gut. Aber ich glaube, wir müssen den Kindern erst mal erklären, was eine Bulla eigentlich ist. Eine Bulla ist ein Glücksbringer. Den haben die Kinder um den Hals getragen und er sollte sie vor allem böse beschützen. Guck mal, ich habe so eine Bulla umhängt. Tatsächlich. Die ist aber schön. Genau. Jetzt könnt ihr euch mal so ungefähr vorstellen, wie so eine Bulla aussah. Diese hier haben wir gebastelt aus Goldpapier. Das machen wir gerne mal im Museum. Aber die Römer hatten natürlich kein Goldpapier. Eine echte Bulla früher bei den Römern, die war zum Beispiel aus Leder oder je nachdem, wie viel Geld man hatte, konnte die auch aus Gold oder Silber sein. Die Bulla trug ein Kind so lange, wie es ein Kind war. Wenn es erwachsen wurde, also an seinem vierzehnten Geburtstag, nahm es die Bulla ab, sodass jetzt jeder sehen konnte, dass es kein Kind mehr war, sondern erwachsen. Aber weil ihr ja schließlich alle noch Kinder seid und ein Glücksbringer kann ja nie schaden, wollen wir euch jetzt noch zeigen, wie man unsere Bulla ganz einfach nachbasteln kann. Wenn ihr kein Goldpapier haben solltet zu Hause, dann versucht es mal mit Alufolie. Das klappt auch. Viel Spaß dabei! Heute zeigen wir euch, wie man eine Bulla bastelt. Als erstes nehmt ihr die Schablone mit den beiden Wellenlinien, oben und unten und den Öhrchen an den Seiten. Zeichnet diese einmal auf das Goldpapier und schneidet sie aus. Zıyıs abgesackt! Ziels saubern! Ziels saubern! Ziosis irdevdevnet z reviewed, bevor es 10 Jahre ver Kane! Ziens! Dann zeichnet ihr die zweite, runde Schabule zweimal auf das Goldpapier. Und schneidet auch diese aus. Nun nehmt ihr das erste Stück Goldpapier und faltet es in der Mitte. So dass die Wellenlinien aufeinander liegen und die Öhrchen die Enden vom Knick bilden. Jetzt geht es ans Verzieren. Ihr legt das Wellensteigenteil mit der Innenseite aufgeklappt vor euch auf die Unterlage, zum Beispiel den Bierdeckel. Und zeichnet mit einem Kugelschreiber Verzierungen hinein, zum Beispiel Ranken, Schnörkeln, Blumen, was auch immer euch einfällt. Wenn ihr euch jetzt die Außenseite anschaut, seht ihr, dass sich der Kugelschreiber durchgedrückt hat. Man sieht also die Dekoration, aber nicht die Farbe vom Kugelschreiber. Nun müsst ihr die beiden Goldpapierkreise mit Kleber zusammenkleben. Auch das dekorierte Teil müsst ihr auf der Innenseite mit Kleber einschmieren. Legt es nun mit einer Wellenlinie nach unten vor euch hin. Nehmt zuerst die Schnur und legt sie genau längs auf den Knick. Darunter legt ihr an die Schnur den Kreis und klappt die obere Hälfte des Wellenöhrchenteils zu. Die beiden Schnurenden verknoten und fertig.